Hallöchen! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum einen neuen Video. Ich habe heute Post bekommen von meiner liebsten Nicole der Welt. Ja, sie hatte mir die letzte... nein, eigentlich das ganze Jahr immer wieder schöne Sachen geschickt. Megaschöne Sachen. Und heute habe ich mir das Vergnügen und ich durfte wieder ein riesen Paket öffnen. Das ist ein Bild, was im Hintergrund nicht aufgekommen ist. Bitte nicht beachten. Blende ich euch jetzt ein. So, jetzt habe ich euch das Paket eingeblendet. Ich habe eine schöne Karte bekommen mit Genieße die kleinen Dinge oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ich kann das nicht auf Englisch übersetzen. Auf Deutsch übersetzen. Das ist Englisch geschrieben, aber ich kann es leider nicht übersetzen. Wenn ich aber was Falsches gesagt habe, könnt ihr das bitte in den Kommentaren reinschreiben. So, da ist die Karte. Die selbstgemachte Karte. Und die kann man so nach oben schieben. Schwupp, schwupp, schwupp. Und dann ist ein kleiner Text drin. So in der Art. Juhu, Diana. Heute kommt mein Herbst-Mischmasch-Paket für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Moment. Ich hoffe, es ist alles heil geblieben und du freust dich. So, Nicole hat mir was geschieben. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So, dann schieben wir das Ganze hier nochmal rein. So, dann fange ich an. Ich habe irgendwann mal eine Lichterkette von dir bekommen. Die ist mir aber leider kaputt gegangen. Ja. Und jetzt habe ich eine neue batteriegetriebene Lichterkette wieder bekommen. Ein Meter. Einfarbig. Was? Die beliebige Kurzbar. Also, die kann man, glaube ich, auch so schneiden. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kenne mich nicht aus. So was in der Art habe ich bekommen. Die finde ich grundgesetzlich sehr, sehr gut. Die gibt es auch ganz, ganz, ganz mega, mega lang zu kaufen. Überall in Elektroladen oder auch in Expert oder Medienmarkt oder Saturn oder was weiß ich. Oder vielleicht auch beim Action. Ich weiß es nicht. Die finde ich aber sehr gut. Die haben wir nämlich hier schon bei unseren Schränkchen. Die war da schon drunter geklebt. Finde ich eigentlich sehr gut. Und in der Farbe weiß natürlich. So. Dankeschön. Dann habe ich Briefumschläge bekommen. Ich liebe Briefumschläge. Nicole hatte mich gefragt, ob ich sowas gebrauchen kann. Und ja, weil ich da immer die Mini-Albungs mache oder sowas in der Art. Also ein rosa, ein braunes Sternchen von Action. Dann drei Grüne. Ne, zwei Grüne. So. Dann ganz mega schöne hologrammische Farben oder eher Pelmut Farben. Ich weiß es nicht. Auf immer, die sind sehr, sehr schön. Und die schimmern auch total mega. Ich weiß nicht. Können die das sehen? Ja. Ein bisschen. Und die sind sehr schön. Die Farbe gefällt mir auch super, super gut beim Auto. Weil das Auto musste mal in die Werkstatt und dann hatten wir ein Auto ausgelegen gehabt in Pelmut Farbe. Und seitdem spinne ich auf diese Farben. So. Dann habe ich ein Stapel weißes und ein Stapel Creme. Creme. Also so Creme, glaube ich, Cremeweiß ist jetzt unser Auto. Ein bisschen heller. So. Das hier. Und dann habe ich nochmal ein brauner Pack bekommen. Und das sind jetzt diese Umschläge, was ich von ihr bekommen habe. Dankeschön. Also du kannst gerne öfters bei dir ausmisten. Ja. Dann habe ich... Oh mein Gott. Wo soll ich jetzt? Ja, ich fange jetzt einfach mal hier an. Dann habe ich hier eine Verpackung bekommen mit Servietten drin. Sommer. Ja, wir hatten nämlich was vorgehabt, aber das hat zeitlich leider nicht mehr so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann kam dies und jenes immer dazwischen. Deswegen hat sie mir was Kleines mitgeschickt. Das ist eine schöne Serviettenverpackung. Und dann habe ich hier ein Marmeladencube bekommen. Jetzt fällt es mal ein. Die ist selbst gemacht, wie man so sehen kann. Ja, und da ist schon wieder ein Glitzer drauf. Wo ist das draufgekriegt? Ich weiß es gar nicht. Ne. Das finde ich irgendwie cool. Cool gemacht. Kann man nämlich hier noch eine Nachricht reinschreiben und dann vielleicht nochmal mit so einem Deckchen abdecken und dann hier drauf. Das ist voll schön. Und Flamingo ist natürlich mit hologrammischen Farben und die Zitrone natürlich auch. Dankeschön. Und dann habe ich hier noch so ein Dingens bekommen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie dieses Papier heißt. Die gibt es, wenn mich das nicht ert, beim Teddy, gibt es die? Aber viel, viel teurer finde ich. Beim Action auch. Das ist so zusammengefaltet und dann mit einer Nähmaschine halt drüber genäht. Und dann hat man solche Falten-Dingensbums da und hinten ist dann so praktisch so ein Dingens halt drauf. Passt eigentlich sehr sommerlich farblich zusammen. Dann habe ich hier noch eine Tasche bekommen mit Alpakas oder Lamas. Das weiß ich jetzt nicht. Dann sind hier Blümchen. Dann gibt es hier nochmal Blümchen. Und Ananas. Genau. Und dann, die hier gefallen mir besonders gut. Da habe ich auch, glaube ich, ein paar verschenkt. Habe ich die auch von dir bekommen? Ich weiß gar nicht. Erstens habe ich mir gedacht, für kleine Häppchen. Also hier wäre man zum Beispiel Tomate, Käse, eine kleine Speckwurst oder sowas. Oder sowas. Und dann kann man das so reinpiksen. Dann hält das. Dann kannst du es hier dann abfummeln oder abbeißen oder wie auch immer. Dann hernehmen. Oder man könnte irgendwas basteln und halt dazu tun oder so zu dem Thema. Genau. Das war dabei. Und dann waren hier noch ein paar Sachen in Holz. Optik. Solche Blätter. Und dann Filz. So Ananasstücke. Und dann auch noch ein Flamingo. So als Klamm. Total cool. Du musst mir unbedingt verraten, wo du sowas herkriegst. Dann schiebe ich das Ganze hier nochmal rein in die Tütchen. Dann ist sie für mich aufgeräumt. Und dann habe ich noch was cooles gekriegt, wo ich denke, was ist das? Was ist denn das denn? Sowas kriege ich gar nicht. Also hier ist eine Verpackung. Ja, da ist aber nichts drin. Da kann man was rein tun. Stöpsel wieder drauf tun. So. Und da ist so eine Öffnung. Und dann kannst du es halt hier, keine Ahnung, Sonnenmilch oder wie auch immer. Platz. Das finde ich aber irgendwie cool. Weil da kann man nämlich, das ist Englisch, kann ich leider nicht hinziffern. In der Handtasche ganz praktisch, weil das nimmt nicht so viel Platz weg. In der Handtasche oder Reisetasche oder wie auch immer. Genau. Hier ist der Aufgangsspruch. So. Die zwei Sachen. Die waren aufbrochen. Und dann habe ich eine Tuchmaske bekommen. Kaktus. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Bin ganz, ganz ehrlich. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Feuchtet intensive Feuchtigkeit. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Kaktusextrat und so ein komisch anderes Wort. Für jeden Hauttyp. Das werde ich dann die Tage mal machen. So. So. Balea und hier. Dann habe ich... Aha! Also viele von euch, die etwas älter sind als ich, die wissen doch, was das ist. Das sind so kleine Schirmchen. Die gab es früher mal beim Eis oder bei Getränken oder sowas. Ich tue mal ganz eben schnell Rattel. So. Und tu mir jetzt einmal eins rausfischen. Also so ein Schirmchen, ja. Und dann tut ihr diesen Gummibezug runter. Und dann tut ihr das ganz vorsichtig aufmachen. Gibt es auch mit so Japanschrift und so einem Zeugs. Na ja. So. So. Moment. Schiebe es mal da hoch. Schieben. Yay. So. Huch. Ah, jetzt ist es zu hoch. Schiffi. So. Also so, ne. So bleibt es dann hängen. Oder man tut es in Nasch beißen oder wie auch immer. So. Und das Ganze tut sie aber wieder runter. Ich hoffe, das geht wieder runter. Ja. Schatz mal. Das ist wie ein ganz normaler Regenschirm. Ja. Und hier ist so ein Gummiding. Also kein richtiges Gummiding. Aber man kann es noch rüber stolpseln. Und dann ist die Geschichte zu. So. Dann schiebe ich das Ganze wieder hier rein. Dann schön. Auch da rein. Und dann hat die Nicole mir sowas gebastelt. Da ist zum Beispiel jetzt Brause drin. Aber ich denke mal, da kann man auch Tempos oder Süßigkeiten. Oder, 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 oder. Man kann zu viele Sachen rein tun. Und viele von euch haben ja schon mitgekriegt, dass ich meine Ernährung schon umgestellt habe. Und deswegen hat sie mir diesmal keine Sprudale mitgeschickt. Oder sonstiges. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie geht das jetzt auf. Das geht so hoch. Haha. Tada. Und da ist dann ein Stopper, dass es nicht ganz raus geht. So. Das hat sie wahrscheinlich mit ihrer Maschine gemacht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sowas nie gegessen. Äh, doch. Gegessen, ja. Aber nicht getrunken. Ja. So. Und ganz, 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 ganz früher, wie ich noch ganz, ganz jung war, habe ich zum Beispiel Waldmeister und Himbeer gegessen oder getrunken oder, oder, oder. Und diese Farben, zum Beispiel Rot, Orange und Gelb, auch beim Gummibärchen, ist immer noch so, dass ich die nicht esse. Also, mein Mann sagt auch immer, was machst du denn damit? Ja, ich sortiere die aus. Und die roten, die Orangen, nein, nicht die roten, die roten Gummibärchen und die grünen Gummibärchen esse ich, aber nicht die gelb-orange. Genau. Komische Art, aber egal. War immer so der Fall. Und da habe ich, sage ich immer, ja, die gelben und die Orangen, die bekommst du. Und dann sagt er immer, ja, toll. Sorry. So, dann habe ich Zeitschriften bekommen. Hat sie mich gefragt, ob ich Zeitschriften mag? Sag ich ja, aber ich habe schon lange keine mehr gelesen. Ne? Ist ja manchmal so der Fall. Im Moment scheppert die jetzt in Beziehung rum. Einmal von der Lisa. Einfach Rezepte. Oh, ich sehe schon, was ich da essen könnte. Also, ich mache jetzt Schleichwerbung, ja. Ich werde aber nicht bezahlt von Schleichwerbung, ja. Und dann noch eine von Lisa und einmal von Lena. Und die Lena ist super, die ganzen Aufkleber und die Füxy. Und das war schwer. Und die Eulen finde ich auch total putzig. Obwohl ich kein Eulen-Fan bin. Ja. Hier ist nochmal ganz, ganz mega süß. Könnt ihr das sehen? Das Füxy da oben. Ist das nicht putzig? Total putzig. So. Einmal Schleichwerbung weg. Wegtun. Das werdet ihr aber nochmal hinschreiben, ja. Bei der Überschrift. Oder irgendwo. So. Dann habe ich ein mega geiles Schild bekommen. Ein mega geiles Schild. Also, die gibt es bei Flohmärkten. Die gibt es beim Jahrmarkt. Oder die gibt es beim Volksfest. Oder die gibt es beim Weihnachtsmarkt. Oder, 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 oder. Sommerfest. Oder keine Ahnung. Die gibt es eigentlich immer zu kaufen. Und ich hatte so manchmal so einen Tick früher. Also vor ein paar Jahren. Jetzt glaube ich eher nicht mehr. Habe ich gesagt, irgendwann kaufe ich mir auch so ein Schild. Haha. Habe ich überhaupt gar keins gekauft. Aber Nicole, ich weiß nicht, Nicole kann irgendwie Telepathie oder was? Und Nicole hat mir jetzt ein Schild geschickt. Ein Schmetterlingsschild. Und das ist ein total schönes Schild. Das ist so Vintage-Look Schild. Und da hinten ist nichts. Und da könnt ihr nämlich dann Termine drauf tun. Und es bleibt dann drauf. Genau. Das habe ich bekommen. Dann habe ich einen Hirsch bekommen. Hups. Könnt ihr gar nicht sehen. So. Einen Hirsch bekommen. Und der schaut dann so aus. Er ist leider. Er ist nicht kaputt gegangen. Also nicht leider. Sondern er ist einfach nicht kaputt gegangen. So. Mein Hirsch kommt da hin. Boing. Ja, da leg ich hin. Dann habe ich... Ach ja. Hier. Ähm. Dann noch so eine Lampe bekommen. So eine... Ähm. Ich glaube, das ist mit Serviette gemacht. Und... Ich weiß jetzt nicht, ob das per Maschine gemacht worden ist. Aber es schaut irgendwie cool aus. Also hier ist so ein Hirschdinges. Und dann habe ich hier nochmal so eine Lichterkette bekommen. Die war aber jetzt mit was anderes drauf. Die habe ich jetzt abgepopelt. Die Schmetterlinge waren hier drauf gesteckt. So praktisch. So irgendwie so. Die habe ich aber wieder abgepopelt. Weil ich und ihr euch nämlich das zeigen kann. Wenn man potiert hin, ja. Dann tut man das... Moment. Moment. Dann wird man hier das Steckchen. Ja. Und dann... Singular bin. Ist es an. Und es ist so schön. Ach, ich liebe das. Oder man könnte eine LED Kerze reintun. Aber kein Feuer. Feuer dürfte... Also eine normale Kerze würde ich hier nicht reintun, weil das kann verbrennen. Genau. So. Also die Lichterkette war auch dabei, ja. Das habe ich euch auch gezeigt. Dann war das hier drin. Das auch. Oh, das ist... Ach, das sehe ich jetzt gerade. Das ist nämlich auch kaputt gegangen. Hier oben. Ist ein bisschen zerstört. Aber so geht es. Ich glaube, ich werde das jetzt nochmal hier dieses Dingens abpuppeln. Und ich werde das streicheln... Äh... Streicheln... Äh... Farbe anspinseln. So. Ich sag mal streicheln. Also... Ja. Und ich werde es dann in weiß machen. Genau. Aber wie gesagt, man kann ja immer anders machen. Also hier ist ganz normal. Und hier ist halt so mit Farbe braun. Genau. Das da. Und dann hat mir die Nicole... Moment. Ich darf jetzt hier nichts vergessen. Dann habe ich hier diese Schmetterlinge bekommen. Die waren jetzt auch... Hier. Guck mal. Da unten. Ha! Nicole hat mich... Nicole ist auf Arbeit und hat mir trotzdem geschickt. So. Hier sind die Schmetterlinge. Die, ähm... Die auf diese Lichterkette da drauf waren. Aber ich liebe diese Schmetterlinge trotzdem. Weil die haben hier eine kleine... Ein kleines Loch. Und da könnte man natürlich eine Schnur ranbinden. Und dann auf diesen komischen Holzdingen drauf machen. Ich weiß gar nicht, wie das... Dieses Holzdingen heißt. Kann man auch kaufen. Oder auch selbst irgendwas gestalten. So. Dann habe ich Dekosachen bekommen. Yay! Einmal gefällt mir das hier ganz besonders gut. Weil hier ist eine Kastanie und ein Pugel mit etwas Gold geglitzert drauf. Genau. Das hier. So. Ähm... Ich muss noch mal ganz kurz stören. Und euch sagen, was der Spruch heißt. Genieße die kleinen Dinge im Leben. So. Jetzt wisst ihr Bescheid. Die kein Englisch können. So wie ich. Dann habe ich Dekosachen. Solche komischen Nüsse bekommen. Ich weiß gar nicht. Wie heißen die denn? Haffelnüsse? Oder... Haffelnüsse? Oder so mal? Also solche Plastikdinge und Stuff. Habe ich bekommen. So. Dann habe ich Igelchen bekommen. Hier. Guck mal. Der ist doch cool, ne? Ein Igelchen. Und dann so eine komische... Schon wieder so eine kurische Nuss? Ich weiß nicht, wie heißt diese komische Nuss? Dekonuss steht nur da. Eine Dekonuss habe ich bekommen. Weißt sonst den Namen nicht. Da steht auch gar nicht, was für eine Nuss das ist. Dann habe ich so ein Kerzending bekommen. Und dann wieder so eine kleine Nuss. Und dann... Hier ist die Nix nicht. Da auch nicht mehr. Ach ja! Und das war dann auch. Am Ende habe ich dann noch eine Tüte bekommen mit einer selbstgemachten Handseife. Also ich nehme jetzt diese Folie, weil meine Hände sind warm und es schmilzt. Also hier eine mega schöne... Hast du sogar ohne Dings geschafft zum... Wie sagt man denn da? Ohne diese Löcher. Hast du doch ein bisschen gelernt von mir. So. Also das ist eine Handseife. Eine selbstgemachte sogar. Und da sind zwei Stück. Und da sind so ein Bienendingens. Und da ist eine Biene drauf. Also ich habe zwei Stück bekommen. Und die schmilzt mir wirklich in der Hand. Die schmilzt wirklich weg. Also zwei Stück. Dankeschön. Ach Mensch. Das lasse ich einfach hier mal jetzt. Na Sammy, was ist denn? Ja, sieh jetzt mal. Der Sammy will immer rein. Egal was ich mache. Immer will er hier rein. Achso. Und hier war noch eine Kerze mit einem Eichhörnchen. Ist leider auch etwas gedrückt gegangen. Aber ist ja nicht schlimm. Dann kann man das zur Not hier wegreißen und was anderes da auftragen. Finde ich nicht schlimm. So. Und die anderen Sachen, die liebe Nicole mir geschickt hat, die bleiben jetzt geheim. Weil ich was vorhabe damit. Liebe Nicole, vielen Dank für dein riesen Paket. Also das war riesig groß. Das habe ich ja gesehen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Einfach das Klöckchen nochmal drücken. Genau. Und ja. Jetzt werde ich das ganze Zeug aufräumen. Und melde mich dann gleich bei der Nicole. So. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende angeschaut habt. Und bis bald. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.